Welche Güter sind für den Luftfrachtverkehr besonders geeignet? Nun, welche Güter sind das? Das sind Güter, die vor allem drei Eigenschaften haben. Diese Güter sind eilbedürftig, empfindlich und oder wertvoll. Allbedürftig, empfindlich oder wertvoll, das sind die Qualitäten, die Güter haben, die für den Luftfrachtverkehr besonders geeignet sind. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert Alles Gute, Marius Ebert